Ich hasse nur, weil er ist wie vor uns aber... Ja, ich dachte auch, dass wir... Ah, da ist wieder ein Typ dabei im Ticket. Da ist eine Karabolage, alle auf die Polen sind raus. Ich habe auch einen abgedrängt, das kriege ich bestimmt zurück. Alter, die Schilder ficken ich gerade. Ich auch. Ich habe es aber nicht umgefahren. Todi, 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 Todi. Oh, war das wieder ein interessantes Spiel. Weg da so an meiner... Sagst du was, dass du jetzt mich raus drehst? Nein, was soll ich denn machen? Ich kann nicht bremsen, ohne überholt zu werden. So, den Platz verhalte ich immer. Aber das ist doch sinnlos, wenn der Typ einfach uns immer entwertet.